Hallo Piloten, hier ist wieder euer JK. Die 737-700 Ultimate wurde gestern am 27.04. released. Weitere Infos dazu folgen jetzt. Los geht der Flug. Wir fliegen wieder. Ab geht's? Yes, die Boeing 737-700 Ultimate ist im X-Plane 11 gelandet. Ich denke mal, ich spreche für alle, dass die 737-700 Ultimate ein absolutes Must-Have für unseren Flugsimulator X-Plane 11 ist. Der Publisher ist kein Unbekannter, denn er hat die Boeing 737-900 Ultimate für den X-Plane 11 herausgebracht. Die Entwicklung der Boeing 737-700 Ultimate hat ca. ein Jahr gedauert. Die 737-700 kommt mit den Avionics der Zipomod 737-800X zu euch nach Hause. Des Weiteren gibt es fette PBR-Reflektionen an der 737-700 sowie kleine Änderung im Cockpit. Die 737-700 Ultimate ist komplett kostenlos. Link zum Download in meiner Videobeschreibung. Ich glaube, ich spreche für alle, dass ich diesmal nichts sagen muss. Saugt es euch, denn ihr werdet sie alle saugen. Habt ihr schon Erfahrungen mit der 737-700 Ultimate gemacht bzw. habt ihr irgendwelche Bugs entdeckt? Schreibt dazu bitte mal eure Antworten in die Kommentarbox. Die Gerüchteküche hat ja auch mal gebrodelt, dass es eine Boeing 747 von Zipo geben soll. Da bin ich auch mal gespannt. Möchtest du wichtige Nachrichten zu X-Plane nicht verpassen? Abonniere jetzt JK Movies und aktiviere die Glocke. Denn mit meinen Nachrichten bist du immer up to date. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, nicht zu viel fliegen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer JK.